Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns ganz kurz angucken, wie man mit Docker Python deployen kann. Und ja, wir haben uns ja schon einen großen Teil davon angeguckt, nämlich wir haben das Ganze als Beispiel verwendet. Deswegen gehe ich nur noch mal ganz kurz hier rüber, möchte aber vor allem zu diesen Images hier oben noch mal etwas sagen. Die kann man sich nämlich auch genau angucken. Okay, zunächst einmal hier haben wir reingeschrieben, wir wollen das Ganze auf Python 3.7 Slim basieren. 3.7 ist die aktuelle Version, das kann sich natürlich relativ bald ändern. Es gibt auch schon ein Docker-Image für Version 3.8, allerdings in der Beta und Race Candidate. Das heißt, es ist noch nicht offiziell draußen, kommt aber wahrscheinlich bald. Dann haben wir hier das Work Directory gesetzt, das können wir so machen, wie wir wollen. Wir haben das aktuelle Verzeichnis kopiert in das Work Directory hier oben, also in Slash App. Wir haben die Requirements installiert mit pip im Endeffekt, also mit run, pip install, bla bla bla. Und wir haben Port 80 veröffentlicht, weil das Ganze eine Web-Anwendung ist. Und ja, das ist eigentlich auch schon so ziemlich alles, was wir gemacht haben. Dann haben wir noch einen Environment Name gesetzt, das braucht man nicht machen, wenn man keine Environment Names verwendet. Und dann haben wir einfach nur Python und diese App ausgeführt, das heißt Python-App.py. Wunderbar. So, jetzt gibt es natürlich noch sehr, sehr viele weitere Images für Python als nur Python 3.7 Slim. Also damit könnt ihr schon komplett eine Python-Applikation starten. In diesem Fall sogar eine Flask-Applikation, die sogar mit Environment-Variablen arbeitet. Aber das geht natürlich für normale Python-Varianten auch wunderbar. Also irgendwelche Crawler oder sowas, die einfach gar nichts brauchen, die funktionieren damit wunderbarstens. Okay, jetzt haben wir natürlich sehr, sehr viele Varianten von Python hier oben und die will ich euch ganz kurz zeigen. Die sehen folgendermaßen aus. Also das hier ist nochmal ganz kurz hier diese, upsala, da ist noch der alte Port drin. Das ist nochmal ganz kurz diese Web-App, die wir hier gestartet haben. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich relativ okay. So, und unter Hub.Docker, also in Docker Hub, findet ihr natürlich auch die Python-Images. Das sind diese Docker-Official-Images. Also das sind die Images, die auch wirklich offiziell betreut werden sozusagen. Und die kriegt ihr, indem ihr Docker-Pull-Python macht. Das geht natürlich hier für Windows, für Linux, auf ganz verschiedenen Varianten. Und im Normalfall brauchen wir das hier. Aber ja, hier unten findet ihr allerdings eine genauere Aufdröselung. Und das ist wichtig, wenn ihr eure Docker-File definiert. Also klar, ihr könnt einfach Python runterladen. Dann habt ihr aber nur das Python-Image. Und naja, was soll man damit anfangen, ne? Ich meine, da ist dann nicht wirklich was drin. Da muss man dann die Datei verlinken und muss eigentlich trotzdem noch irgendwie diese Datei ausführen. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach. Sinnvoller ist es bei Python, sich sein eigenes Docker-File zu schreiben. Und hier kommen dann eben diese Dinger zustande, die ich euch hier schon kurz genannt habe. Das heißt, Python 3.7.Slim müsst ihr hier angeben. Also Python, klar. Aber dann, welche Version ihr haben wollt, das ist abhängig davon, was ihr hier angebt. Und das ist abhängig wiederum von den Tags. Wir haben hier Python-Version 3.8.0 Beta 1 Stretch, 3.8 Race Candidate und Race Candidate Stretch. Und das ist der eine Tag. Dann haben wir hier nochmal Slim dabei. Dann haben wir hier noch Alpine dabei und so weiter und so fort. Hier haben wir auch Windows Server Core. Das heißt, das Ganze ist dann auf einem Windows Server basiert. Nicht auf einem Linux. Die normalen Varianten basieren auf einem Linux quasi. Die Windows-Varianten sind meistens deutlich, deutlich größer. Ihr könnt auch einfach sagen, ich möchte gerne Python 3 verwenden, 3 Alpine zum Beispiel oder einfach nur 3 oder 3 Stretch oder Stretch. Dann bekommt ihr einfach die neueste Version von Python, nämlich Version 3.7.3. Wenn ich nur 3.7 angebe, ist das auch 3.7.3 und wenn ich nur 3 angebe, ist das auch 3. Der Unterschied zwischen Slim und Stretch ist jetzt hier relativ, und Alpine haben wir natürlich auch noch. Im Endeffekt sagt das aus, auf welchem System das Ganze basiert ist. Das heißt, Stretch basiert auf Ubuntu. Slim basiert auf, oder ist quasi eine kleine Variante. Das heißt, Slim heißt nicht wirklich, worauf es basiert, sondern Slim heißt einfach nur, es hat nur die aller, aller nötigsten Pakete installiert. Das heißt, kein, was auch immer ihr sonst noch alles bei einem Debian dabei habt. Wirklich nur das, was man wirklich zum Ausführen von Python 3.7.3 braucht. Und das wäre dann das hier. Slim bedeutet dann einfach wieder, okay, irgendeine Version, aber so minimal wie nötig. Ich glaube, Stretch ist dann die normale Variante, auf der es basiert. Und Alpine, naja, Alpine ist quasi auch noch ein Linux, allerdings ein sehr, sehr kleines Linux. Das heißt, noch kleiner als Slim. Wenn ihr Alpine nehmt, dann habt ihr wirklich die kleinste Variante, die man sich so überhaupt schnappen kann. Und dann haben wir noch Windows Server Core. Naja, der ist halt ein bisschen groß, ist halt ein Windows Server. Und Jesse und Stretch ist genau dasselbe. Debian, Jesse ist quasi der Name von dem aktuellen Debian. Deswegen, ja, hier dieser Namenswechsel hier, das ist quasi dasselbe. Okay, das soviel zu dem Thema hier. Und ja, eigentlich ist das auch schon so ziemlich alles, was wir hier brauchen. Ihr könnt hier natürlich jeweils die genaue Python-Version angeben, die ihr braucht. Allerdings werden natürlich nicht mehr alle unterstützt. Achtung, Python 2.7, wäre ich vorsichtig damit, das wird bald aus dem Sortiment quasi genommen. Aber es gibt es natürlich noch hier bei Docker Hub, bald aber nicht mehr. Also seid da vorsichtig, geht am besten auf Python 3 und dann seid ihr eigentlich ganz gut dabei. Cool. Und ja, das ist dann eigentlich auch schon so ziemlich alles, was ihr braucht, wenn ihr Python deployen wollt. Wir hören uns dann eigentlich schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.